So, liebe Freunde, ich bin wieder zurück zur neuen Session Resident Evil 6 mit Chris Redfield und Pierce Brosnan oder wie er heißt, keine Ahnung. Und, äh, Moment, ich muss erstmal leiser machen. Jo, äh, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, wir waren, äh, der Controller hat wieder Probleme. So. Wir waren ja auf der Suche nach der Schlange. Glaube ich, ne? Die hat ja einen zerfetzt. Hä, muss ich das jetzt nochmal spielen? Okay, das Spiel hat mich ein Stück zurückgesetzt anscheinend. Ich glaube, die Stelle, wo der eine zerfleischt wird, kommt noch. Der fällt jetzt runter. Genau, das haben wir ja in der letzten Session schon. Ei, ei, ei. Da hat mich das Spiel einfach nach dem Speichern zurückgesetzt. Also, der war doof. Ganz schön gemein. Wieso kann ich kein Schrot aufheben? Hallo? Schrot? Schrot? Komm, mach Platz. Ah, sag mal. Möchtest du mich verarschen? Ach ja. Ich muss ein bisschen leise sein. Ich nehm wieder mitten in der Nacht auf, weil wir haben heute noch ungefähr eineinhalb Stunden Special von altes Live aufgenommen mit zwei Admin-Tools. Ja, ich weiß. Hatten wir doch alles schon. Verhalten sich mal ein bisschen hier. Hä? Ah. Jetzt wirst du auch gleich die Zwischensequenz wahrscheinlich nochmal angucken. Tut mir leid, Leute. Huch. Oh, ich bin in die Sequenz reingehört. Rollt. Kann man die vorspulen? Die kennen wir ja schon. Ja. Wie sollen wir das Ding erledigen, wenn wir es nicht sehen können? Die haben wir ja schon gesehen in der letzten Folge. Und halten und weitermachen. Oh, schnell. Da lang. Alles klar. Oh. Keaton! Nicht auch noch du! Keaton! Nicht auch noch du! Ich hab dich zwar noch nie gesehen, aber gut. Dumm gelaufen. Oh, stopp. Ach, wir müssen, glaube ich, sowieso hier lang. Wie die mal übertreiben, wegen so einer Tür, ne? Zu zweit hier voll die Action. Jauba. Alles klar. Geh doch mal weg. Ich will das Ding hier. Ach, die KI, ne? Die mir immer voll in den Weg läuft. Ich würde sagen, ich lade jetzt erstmal alle Waffen nach. Muss ja immer vorbereitet sein. Okay. Ist alles nachgeladen. Pistole auch. Oh, mein Auge juckt. Moment. Ach, sonst... Hab ich gleich Probleme beim Spielen. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Okay. Die Schlange hat ganz schön großen Hunger, ey. Das war jetzt schon der zweite oder der dritte, den die gefressen hat. Viel Fraß. Fette Schlange. Irgendwann ist die so fett, dann steckt die irgendwo fest, dann können wir sie uns schnappen. Dann ist sie dran. Ja, ich bin begeistert. Ach, du Scheiße. Hilfe. Geht's noch? Hier geht's nicht durch. Helfen Sie mir. Komm, Pierce. Mach mal was. Ja. Super. Gleich sind wir alleine, wenn er so weitergeht. Pierce. An alle. Bericht. Hier, Pierce. Ich bin im zweiten Stock. Captain. Ich kann Jeff nicht finden. Er ist weg. Reißen Sie sich zusammen, Marco? Wo sind Sie? Erster Stock. Oh, Kacke. Ich glaub, das Ding ist hier. Unser Ziel ist im ersten Stock. Alle herkommen. Ich hör was. Ich hör was, Leute. Okay, ich muss sagen, das ist schon wieder sehr Resident Evil Feeling. So muss das das ganze Spiel sein. Dass man Schiss hat, um die Ecke zu laufen. Und man weiß, da ist irgendwo diese scheiß Schlange. Dieser Nervenkitzel einfach. So muss Resident Evil sein. Wenn man schon Action einbaut. Am ließen wir natürlich komplett klassisches Resident Evil. Ja, wie früher. Nicht auch noch du. Gottverdammt. Ja, auch noch nie gesehen. Aber gut. Wir schon seinen Nutzen gehabt haben, der Mann. Ich hab ein bisschen Angst jetzt, muss ich sagen. Jetzt bin ich allein. Ich kann Jeff hören! Herr schreit! Ich komme, Mann! Halte durch! Marco, nicht! Bleiben Sie auf Position! Haben Sie gehört? Das ist ein Befehl! Nie alleine zugreifen. Das sage ich auch bei Alte ist auch immer als Chief of Police. Mann, Mann, Mann. Die müssen immer ein Held. Alter Schwede, muss mich so erschrecken. Jo, der kommt einfach hier um die Ecke. Mein Gott! Fast eingeschissen wegen dem. Ich krieg dich, du Scheißvieh. Okay, wir finden das Drecksvieh und erledigen es schnell und gnadenlos. Oh, ohne Karussell fahren. Ich krieg dich, du Scheißvieh. Glaub mir, hast du mir den Fall schon angelegt. Hast du mir den Resident Evil Veteran angelegt? So, wer ist das? Der Günther? Jeff. Okay. Reed. Ja, armes Schwein. Reed, Jeff. Den ersten hab ich schon wieder vergessen. Roger. Okay. Jetzt geht's los. Wo bist du, du Mistvieh? Da oben! Was haben die für Zähne, ey? Was ist das denn? Das ist aber k... Siegen Sie Bow. Das hat doch eine andere Schlange als ein Resident Evil 1. Grotten hässlich. Da, es ist da drüben! Drecksvieh, hast du gesehen? So macht man das mit Kanonenwerfer in your face. Komm, komm. Ich hab noch ein paar für dich. Okay, das hat selbst... Äh, hat er mich jetzt gefressen? Ne. Ich hab schon gedacht. Okay, andere Ecke. Vorbei, vorbei. Scheiß Schlange. Wo ist er, Leute? Wo ist er? Kann ich irgendwas mit dem Ofen machen? Vielleicht, dass ich grillen kann oder so. Oh, ich will die aushalten, ne. Das ist der Armer. Du, wirst sterben. Du scheiß Vieh. Scheiße. Wieso stirbt die denn nie? Vielleicht lehren aus. Ach, meine Männer getreten. Schon ein bisschen krass, was die aushält. Okay. Na, war klar, ne. Sobald ich aufs Maul weg. Da sollen wir jetzt rein? Willst du mich veräppeln? Scheiße. Okay. Super Idee, echt. Boah, ey. Also, da ist ein bisschen Nervenkitzel gerade, muss ich sagen. Wieso kann nicht die ganze Kampagne so sein von Chris? Weißt du, dass das so cool inszeniert? Da kehren die zu ihren Wurzeln zurück. Capcom und dann verscheißern die das wieder mit so scheiß stupider Action. Ich hoffe, dass die anderen Kampagnen nur so abgehen. Boah. Hammer. Dreh dich um, dreh dich um. Scheiße, was mach ich jetzt? Boah. Boah, scheiße. Mistfee, du Elemuse. Jetzt bin ich alleine. Ach nee, meine Leute sind auch da. Puh. Scheißvieh, du Scheißvieh, du Elenders. Komm. Trau dich, trau dich. Ich warte. Ha, Granate in your face. Ich warte, ich warte. Scheiße, ey. Ich reiß dieser Schlange so den Arsch auf, wie ein kleinen Schlangenarsch, den sie hat. Komm. Ah, da guckst du blöd, ne? Mit dem falschen. Du hast den übel Profi angelegt. Sag ich doch. Stirb scheißvieh, sag ich schon die ganze Zeit. Können auch mal schießen, meine Freunde hier. Du bist jetzt tot? Aber war da Kontrollpunkt. Hä? Okay. Ach, diese Scheißschlange, ne? Wow. Uh. Anstrengend. Mistfee. Tricks hat mir wehgetan, oder was? Nur weil ich, äh, gemacht hab. Komm mal ab, komm mal zurück. Boah. Tricksvieh, du Elenders. Komm schon, komm schon. Äh, Hilfe. Hilfe. Weiter. Steh auf, Chris. Mistfee, stirb endlich, ey. Du gehst mir auf den Sack. Meine Güte, ey. Was hält die denn aus? Was ist das denn für ein Scheißvieh? Boah, echt jetzt? Komm schon, komm schon. Nein, der hat den Typ gefressen. Hilfe. Aha. Würdest du mich verarschen? Die lebt immer noch. Lebt er noch? Ah, der lebt noch. Cool. Gut. Ich würd sagen, wir haben so gut wie keine Munition mehr. Ist alles leer. Außer die Pistole. Ah, da ist doch noch was. Guck mal. Bamp-Kan. Sehr gut. Fünf Schuss noch. Muss doch irgendwas noch rumliegen. Komm schon. Das sind Munition, ey. Wenn der Kampf nochmal so lange dauert wie eben, dann seh ich ein bisschen alt aus. Mit Pistole. Boah. Richtig krass. Nee. Au. Hilfe. Was ist denn jetzt los? Boah. Seine Haut muss dicker geworden sein. Unsere Waffen richten nichts aus. Wie? Boah. Ah. Müssen wir etwas anderes finden? Strom. Okay. Dann müssen wir da drüben irgendwie hoch. Was macht er denn? Das schiebt mich voll hier rum. Jo, ich berühre den Schwanz von der Schlange und dann fliege ich einfach mal weg, oder was? Das ist nicht viel. Nein. Ach komm. Mach den Checker rein, du. Hans. Komm schon. Scheiße. Das ist jetzt meine Schuld gewesen. Okay, jetzt muss ich was warten, bis sie da vorbeikommen. Drecksschlange, du Elender. Oh, der lebt noch. Cool. Cool. Jetzt haben wir wieder viel Kraut. Wunderbar. Das kombinieren wir auch noch. Perfekt. Schaut euch das mal an. Ne, was wir jetzt haben. Ha. Nice. Zwei Ladungen, achtmal Kraut. Ne, ich muss ja noch die Figur da einsammeln. Was ist das denn für eine Kamera hier schon wieder? Wie, die ist jetzt verschwunden, oder was? Keine Belohnung. Super. Geil. Ich bin begeistert. Puh. Mann, Mann, Mann. Die war echt extrem zäh. Da ist noch Kraut. So, wo müssen wir jetzt hin, verdammt? Die Schlange ist tot. Und nun? Kommt gleich wieder Mohungeballer wahrscheinlich. Da, da, da. Ja. Keine Ada. So sieht's aus. Die ist um ja nicht. Ich werde nicht ruhen, bis ich ihren Kopf in meinen Händen halte. Da. 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 Ja.